So, der Moment der Andacht ist vorbei. Jedes Mal, wenn der Vorträger eine kleine Pause gehalten hat, kam eine Erwiderung der 90.000 bis 100.000. Die Kurzform heißt im Namen Gottes des Barmherzigen. Es wird der Sieg Allas kommen und ihr werdet sehen, dass die Massen zur Religion Allas kommen. Dann betet zu ihm um Vergebung oder Verzeihung. Und jetzt war die Deutsche Hymne. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Zum Glück nur kurz zu sehen, einige perverse Ausrüchse. Da standen einige, sogar ziemlich viele und zeigten den Hitlergruß. Respekt jetzt vor der Hymne Iran. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Der Mann mit der Trainer, den Sie kurz gesehen haben, ist Branko Ivankovic, ein Kroate, der Trainer Kirans. Der Mann mit der Trainer, den Sie kurz gesehen haben.